Ich will den Live-Kommentar, Marco, komm. Sei ich und sein Live-Kommentar. Ne, Tobi, ist jetzt nicht drin. Jetzt schau ich grad Flo zu, Flo ist grad der da, wo ich ja... Ja, mein Flo wird der Beste. Philipp ist am Tryhard. Ja, Flo ist hier richtig geil, jetzt auf den gelben, dann auf den lilanen, dann wieder auf den roten, auf den grünen, auf den blauen, auf den blauen, auf den orangen, auf den gelben, auf den alten, das ist voll schwierig die ganze Zeit die Farbe. Maul halten! Nein, das ist ein Let's Play, da muss man was sagen. Ja, Flo, das ist doch easy jetzt, der ist jetzt nochmal da knifflig, der da, wo, wenn du da drauf bist, aber... Flo, du musst das da haben. Ach, warum spiel ich denn einfach? Können wir nicht irgendwie 2 spielen? Ja, kann man ja gleich. Irgendwas cooles. Lass uns was cooles machen. Ja, ohne Witz. Alter, Flo, die Challenge ist voll, ja, vorher haben die auch voll gut gefallen. Ja, wer hat diese Behinderten-Adventure-Maps erfunden? Der, der Mr.Adventure. Ich bring ihn um. Mr.Adventure. Tobi schaut ja grad zu, ne, mit Live-Kommentar jetzt hier, er ist aber richtig geil hier dabei, ja, jetzt ist er gleich bei der, bei der Treppe. Ja, jetzt, jetzt, da hab ich jeden Sprung einzeln gemacht bei der Treppe. Ja, jetzt hat hier Tobi richtig safe. Boah, der Sprung an der Ecke, der ist scheiße. Ich schau hier so zu. Ich hab keinen Bock auf Game on 3, er fliegst überall durch. Kann ich auch als Flo spielen, wenn ich in Game on 3 auf ihn klicke? Ja, boah. Achso, nee, nicht übernehmen. Schau, Flo, Marco, wir machen sie jetzt. Ey. Wir machen sie jetzt schon, noch mal. Mach den Staubsauger aus. Marco, einfach, weil jetzt kann man es jetzt noch mal. Wollen wir nach der Challenge dann MW machen? Nein. Jetzt bin ich grad wieder im Flow. Im Flow bist du drin, ich bin grad im Flow drin. Was? Der war doch nicht gut, muss ich doch zugeben. Oh Gott. Och, nö, Alter, ich war so weit. Ja. Wo warst du? Ich war im Flow. Oh Gott. So, Marco, die nächste Challenge sieht irgendwie mega easy aus. Das steht da vorne auf dem Schild. Ups. Ja, das wirst du dann sehen, wenn wir alle da sind und da hinspringen. Ich spring schon mal hin. Nein, Tobi. Ich bin gegen die Wand gesprungen, darum springe ich da nicht mehr weiter. Das steht. Two, left or right. Okay. Ich nehme rechts. Ach. Entschuldigung. Wir kommen an... Ah. Aha. Achso. Jetzt Spoiler doch nicht. Das ist ja. Jetzt muss ich im Stream schauen, was da steht. Ja, da steht einfach nur, welche Seite du wählen sollst. Aber ich weiß schon, welche Seite ich wählen werde, weil die andere ist länger. Ja. Ja, das ist aber scheiße, wenn man sich das spoilert, Marco. Das sind des Spiels, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich mag ganz fette Spoiler. Vor allem an Autos. Ne, das sieht richtig schwul aus. Äh. Ich weiß schon, du kommst dann mit so getunte Golf daher. Ja, genau. Mit so einem 3 Meter breiten Spoiler. Und ich schlag dann am Hammer drauf. Und dann lache ich dich aus, weil dein Auto nur noch 100 geht, weil der so richtig krass ... Ne, dann lache ich dich aus, weil ich einfach über die Autobahn fliege. Ja, weil ich den Spoiler falschrum aufbaue. Marco. Ich heb dann ab. Marco. Ja. Ich glaube, ich ändere meine Entscheidung doch noch und gehe links. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, ne? Geht auch mal lieber links. Geht nicht weitermachen. Ah, Flodo könnte es jetzt aufgeben. Ah. Geil. Ich dachte, da fliegt der jetzt schon wieder an. Aber der ist losgekommen. Endlich. Drübergerutsch. Drübergerutsch. Brain fuck. Over 9000. Alter, du musst mal die ganze Zeit rumschauen und die ganze Zeit dieses Optifine ranzoomen drücken. Du willst du nicht aufgeben? Nö. Das Brain fuck. So. Wenn du jetzt den Stream schauen würdest, könntest du es sehen. Ja. Ich hab keinen Punkt drauf. Ja. Ah, nein! Ist eigentlich voll blöd hier rumzuspringen, weil da sammelste gratis-fails so gesehen. Na, aber ich überlieb hier voll lange. Aber es hilft mir auch nichts. Ich hab ja schon mal ein Adventure-Web gespielt, da war ich doch auch nicht so scheiße. Ja, aber das ist schon wieder ungefähr ein halbes bis Jahr her, ne? Halbes bis Jahr. Darf ich die Flagen, Marco? Nein. Doch. Ach, nein! Unschlagbar. Ich bin unschlagbar. Ich bin genau vor dir. Jetzt schau ich dir zu. Jetzt bin ich in dir. Jetzt musst du dich selbst schlagen. Okay, schlag mich selbst. Oh, halbes Leben. Ja, easy. Wie komme ich ja nicht wieder aus den scheiß Leuten raus, ohne... Doppelklick. Ja, das habe ich gedacht. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Wo ist die Challenge zu Ende? Über die. Über die. Über die. Ach da. Geh weg, wenn mein Spawnpoint sitzt. Ach du Wichser! Ich geh dann noch selbst. Ich geh dann noch selbst. Nein! Was war das denn jetzt? Ach, ich fange schon wieder gut an. Ach so. Alter, Philipp, bist du noch im Game-Mode? Nein. Weil ich konnte dich gerade nicht schlagen. Alter. Torby! Hast du mich geschlagen, Flo? Was? Du hast mich geschlagen, Flo? Du Wichser. Das war Philipp, oder? Ja, ja, ja. Der ist gerade an mir vorbeigesprungen und dann kriegt ein Hit von hinten. Alter, Philipp, kicken ist nicht witzig, du Kugel. Ich tp mich da. Du kickt Philipp jetzt, hä? Weil er mich runtergeschlagen hat. Ja, deswegen kickt man nicht. Das ist Sinn. Das ist Sinn der Adventure-Map. Das ist Trollen. Das ist kein Sinn. Doch, das ist Trollen, Mann. Natürlich. Ich bin jetzt hingeflogen, wo ich war, gip. Ja. Sehr gut. Ja, passt mir auch. Aber du sollst mich nicht mehr runterschlagen. Ja, das ist ein Ding, ob er dich schlägt oder nicht. Du kannst ihn dann auch wieder schlagen, aber Kicken ist nicht drin. Ich bring jetzt Philipp zum Rage-Quitten. Wenigstens eins hast du noch mal, worauf du, äh, hier, einbauen kannst. Okay, hab mich dp'd. Bin mal nett. Willst du mich verarschen? Du schaffst das nicht? Ich hab's geschafft, aber ich will die nächste Challenge nicht sehen. Hilfe! 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 Ich hab's auch geschafft, hallo! Hallo Marco! Ich will sie nicht sehen, ich schau die, ich schau die Wand an. Marco, gib mir einen High-Five. Zack! Ich hab Angst, wo ist hier bitte der Checkpoint? Da drüben ist der Light, da muss einmal ganz rüber! Ey! Boah, Flo, die ist doch jetzt aber easy, ja. Du musst selber nur... Ich hab grad zuschlafen. Ich test den Checkpoint. Mach das! Okay, funktioniert. Weil du Spaß dran hast. Komm Flo, bitte enttäusch mich nicht! Alter! Das ist doch mega, ey, Sample. Was macht denn der da? Ist da ein Checkpoint? Ist da ein Checkpoint? Du hast einen Checkpoint, hallo, Flo. Geschafft! Ey, gab's ja noch einen Skilettkopf eigentlich. Was ist das denn für eine Mongo-Challenge? Ja. Ist ja der Wahnsinn! Alter. Oh, ich bin in dir. Philipp! Sag mal, ich bin der Widder. Hey, schau's mich mal an. Ich bin Widder. Oh. Ja. Der Widder hat dich getötet. Alter, du sch... Alter, du sch... Oh, ich mach mich jetzt zum Widder. Wartet mal kurz. So, dann brauch ich noch ne Bergbank. Hast du auf mich zu schlagen? Das bin ich ich, ja. Ja, ich weiß schon. Game out, da Mongo. Achso, drum kann ich nur dich schlagen. Warum hast du eigentlich ne Diamantrüstung an? Weil ich meinen Körper verdecken will. Wieso hab ich ne Bergschrank? Weil Tobi dir die zugeschmissen hat. Komm, Flo, lass Philipp zuschauen mit Opti-File. Ähm, wie mach ich... Wie krieg ich schwarze Farbe? Ich darf dafür Kohle sagen. Wenn du schwarze Farbe eingibst. Boah, Philipp, bist du schon fast bei mir bei den Fails? Ich mag die Challenge. Da kann ich mal ein bisschen, äh, Fails, äh, hier, ne? Grenzen. Nein! Philipp, du könntest es jetzt rein theoretisch aufgeben, wenn es dir keinen Bock mehr hast. Ach du Wichs.